Hallo zum SQL Grundlagenkurs. Heute sehen wir uns gemeinsam an Theorie und Praxis zu SQL. SQL steht für Structured Query Language und ist die Sprache, mit der man Daten aus Datenbanken abfragen und manipulieren kann. Mit SQL kann man Daten aus verschiedenen Tabellen und Datenbanken zusammenführen, filtern, sortieren, gruppieren und zusammenfassen, um letztendlich wichtige Informationen und Trends zu erkennen. Warum ist SQL nun für die Datenanalyse notwendig? Ohne SQL wäre es sehr, sehr schwer, große Mengen an Daten zu sammeln und zu analysieren. Es ermöglicht es, schnell und effizient Daten abzufragen und zu analysieren, um wichtige Erkenntnisse zu finden. Es ermöglicht es, Daten auf eine Weise zu untersuchen, die gegenüber einer manuellen Methode nicht so einfach möglich wäre. Daher ist SQL ein unverzichtbares Werkzeug für die Datenanalyse. Nun, soviel zur Theorie, sehen wir uns nun praktisch die Select-Abfrage an. Und zwar, eine Select-Abfrage in SQL ist ein Befehl, mit dem man Daten aus einer Tabelle oder mehreren Tabellen auswählen und abfragen kann. Es ermöglicht es, bestimmte Spalten und Zeilen auszuwählen, um die gewünschten Daten zu erhalten. Ein praktisches Beispiel wäre eine Tabelle namens Kunden, in diesem Fall Customers. Und diese Kundentabelle, die möchten wir nun abfragen. Und zwar beinhaltet diese interessante Informationen, wie zum Beispiel den Namen des Kunden, wie lang dieser schon zugehörig ist und aus welchem Land. Dazu wähle ich Select und anschließend geben wir einen Stern, um alle Spalten in dieser Tabelle zu erhalten. Und wir können nun noch angeben, mit dem From, aus welcher Tabelle wir nun die Daten abfragen möchten. In unserem Fall heißt die Tabelle Customers. Und wenn ich das ausführe, erhalte ich nun als Ergebnis fünf Spalten. Custom ID, First Name, Last Name, Age und Country. Nun kann ich aber anstatt alle Spalten auszugeben, auch nur bestimmte Spalten angeben. Und zwar das Alter oder zum Beispiel Country. Wenn ich das ausführe, erhalte ich das Ergebnis nur für diese beiden Spalten. Bevor wir weitermachen, bitte diesen Kanal kostenlos abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und zu Fragen antworten kann. Und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Vielen Dank. So, es gibt viele Möglichkeiten, die Select-Abfrage zu erweitern und zu verfeinern. Zum Beispiel durch Filterbedingungen, Sortierungen, Gruppierungen und Verknüpfungen mit anderen Tabellen. Aber im Grunde geht es darum, die Daten aus der Tabelle oder Tabellen auszuwählen, die man benötigt und sie in einer gewünschten Form zur Verfügung zu stellen. Sehen wir uns nun einen weiteren wichtigen Aspekt von SQL an. Und zwar die Verwendung von Alternativnamen, einen Allias. Der Befehl As in SQL wird verwendet, um einen Allias oder Alternativnamen für eine Spalte oder eine Tabelle zu erstellen. Ein Allias ermöglicht es, einen Spalten- oder Tabellennamen innerhalb der Abfrage zu ändern, ohne den tatsächlichen Namen in der Tabelle zu ändern. Das kann wie folgt aussehen und zwar As und nenne diese Zugehörigkeit und die zweite Spalte Country nenne ich Land. Wenn ich das ausführe, erhalte ich nun dasselbe Ergebnis. Jedoch sind die Spaltenüberschriften nun unser sozusagen Alternativnamen dargestellt. Der Befehl As ist also ein nützliches Werkzeug, um die Lesbarkeit von SQL-Abfragen zu verbessern und die Verwaltung von Tabellen und Spaltennamen zu vereinfachen. Kommen wir nun zu einem weiteren sehr wichtigen SQL-Befehl und zwar die Word-Bedingung. Der Befehl Word in SQL wird verwendet, um bestimmte Bedingungen für die Auswahl von Daten aus einer Tabelle oder mehreren Tabellen festzulegen. Es ermöglicht es, Daten auf der Grundlage bestimmter Kriterien zu filtern, um nur diejenigen zu erhalten, die für die Abfrage relevant sind. Sehen wir uns auch hier ein einfaches Beispiel an. Und zwar möchte ich nun als Ergebnis alle Kunden, die aus dem Land USA in der Tabelle vorhanden sind. Dazu erweitere ich die Abfrage mit dem Schlüsselwort Word und im Anschluss gebe ich die Spalte an, die ich filtern möchte, und zwar Country und nun den entsprechenden Eintrag bzw. Wert, den ich aus dieser Abfrage herausfiltern möchte. In diesem Fall USA. Ich führe das aus und erhalte nun nur zwei Datensätze und zwar jene Kunden, die sozusagen als Land USA beinhaltet haben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Word-Bedingung einzusetzen. In diesem Fall habe ich ein ist gleich, aber es ist auch möglich ein größer gleich, kleiner gleich, ein größer ist gleich, ein like, ein in. Das bedeutet, ihr habt viele Möglichkeiten, die Bedingungen zu erweitern. Ich könnte auch noch diese erweitern und zwar indem ich sage, nur jene Kunden, die älter oder eine Zugehörigkeit über 30 Jahre haben oder Monate. Und wenn ich das ausführe, erhalte ich letztendlich nur einen Datensatz. Nun kommen wir auch schon zu einem sehr wichtigen Befehl und zwar OrderBy. Der Befehl OrderBy in SQL wird verwendet, um die Ergebnisse einer Abfrage in einer bestimmten Reihenfolge anzuzeigen. Es ermöglicht es, die Daten nach einer bestimmten Spalte oder mehreren Spalten zu sortieren. Sehen wir uns auch hier ein einfaches Beispiel an. Dazu gebe ich die Word-Bedingung wieder heraus und möchte wieder alle Spalten sichtbar haben. Als nächstes verwende ich nun in dieser Tabelle den Ansatz, dass ich das Ergebnis in absteigender Reihenfolge mir anzeigen lassen möchte. Und zwar nach dem Age, nach der Spalte Age. Wie mache ich das? Indem ich sage, OrderBy, dann entsprechend die Spalte, die ich sortieren möchte. Und im Anschluss kann ich noch diesen Befehl Descendant angeben und kann nun das Ergebnis entsprechend in absteigender Reihenfolge mir ausgeben lassen. Man kann aber auch mehrere Spalten zur Sortierung verwenden. Zum Beispiel könnte man auch noch nach dem Namen oder nach dem First Name sortieren lassen. In diesem Beispiel werden nun alle Zeilen aus der Tabelle Customers ausgewählt und die Ergebnisse zuerst nach dem Alter und dann nach dem Namen entsprechend sortiert. Nun kommen wir zu einem essentiellen SQL-Befehl und zwar die Verknüpfung von mehreren Tabellen und zwar der InnerJoin. Der Befehl InnerJoin in SQL wird verwendet, um Daten aus, wie gesagt, mehreren Tabellen zusammenzuführen, die über gemeinsame Spalten verknüpft sind. Es ermöglicht es, Daten aus verschiedenen Tabellen in einer einzigen Abfrage zu kombinieren und zu analysieren. Sehen wir uns auch hier ein einfaches Beispiel an und zwar möchte ich die Kundentabelle, die wir hier haben, ohne der Sortierung. Hier haben wir die Kundentabelle und hier haben wir auch noch eine eindeutige Nummer in dieser Kundentabelle, die identifiziert, dass genau dieser Kunde, John Doe, mit dem Eintrag 1 eindeutig ist. Nun möchte ich aber diese Kunden kombinieren mit den Bestellungen und zwar kommen diese Bestellungen in der Tabelle Orders vor und dort habe ich wiederum genau eine eindeutige Kombination. Und zwar wurde von der Customer-ID, Kunde 1, das war ja der John Doe, hat ein Keyboard für 400 Dollar oder Euro bestellt. Wie ihr seht, ist in Theorie möglich, sozusagen diese beiden Tabellen über eine einzige Spalte zu verknüpfen und zwar die Customer-ID. Das bedeutet, zunächst müsst ihr immer überprüfen, welche Gemeinsamkeit diese beiden Tabellen haben und dann kann ich diesen Inner-Join entsprechend anwenden. Und zwar, indem ich sage, Select From, ich gebe auch hier ein Alias an, Orders und dann schreibe ich Inner-Join. In diesem Fall kann ich auch Inner weglassen und nur Join schreiben und gebe dann noch den Customers an. Das kürze ich auch mit C ab. Anschließend muss ich mit ON die Gemeinsamkeit dieser beiden Tabellen angeben und zwar O.Customer-ID ist gleich C.Customer-ID. Wenn ich das ausführe, erhalte ich nun das Ergebnis von beiden Tabellen. Das bedeutet, der Kunde mit der Nummer 4 entspricht sozusagen der Bestellung 1. Dieser hat auch hier zweimal bestellt und zwar aus diesem Grund habe ich nun bei der Order-ID einen zweiten Eintrag. Als nächstes sehen wir uns nun den Group-by-Befehl an. Und zwar kann ich mit diesen Gruppierungen von Datensätzen durchführen. Es ermöglicht, wie gesagt, Daten auf der Grundlage bestimmter Spalten zu gruppieren und zusammenzufassen, um statistische Informationen zu erhalten. Ein Beispiel wäre, ich möchte alle Kunden oder bzw. möchte ich wissen, wie viele Kunden ich pro Land in der Tabelle habe. Und zwar geben wir einen Schritt zurück und sehen uns nochmals die Kundentabelle an. Und hier sehen wir, hier gibt es zwei Kunden in den USA, zwei in den United Kingdom und einer in den Vereinigten Emiraten. Nun möchte ich aber die Anzahl sozusagen pro Land mir ausgeben lassen. Dazu gibt es eben den Befehl Group-by. Und hier muss ich bei der Gruppierung angeben, nach welcher Spalte ich die Gruppierung vornehmen möchte. In diesem Fall nach dem Land. Diesen muss ich auch dann noch in die Select-Abfrage im Kopf angeben. Und mit Count zähle ich sozusagen, wie viele Einträge in dieser Gruppierung vorhanden sind. Ich führe das aus und erhalte nun entsprechend die Ergebnisse, dass jeweils zwei in diesem Land, zwei in diesem und einem in diesem Land vorhanden sind. Man kann auch mehrere Spalten verwenden, um die Ergebnisse zu gruppieren. Zum Beispiel, wenn es darum geht, welche Artikel sozusagen noch bestellt worden sind, wie zum Beispiel aus der Orders-Tabelle. Und ermöglicht sozusagen weitere sehr nützliche Erkennungen von Trends und Muster in den Daten, die sonst sehr schwierig oder mühsam sind, zu erheben. Wie ihr seht, haben wir nun in einem sehr schnellen Durchlauf die wichtigsten Befehle zu SQL uns angesehen und mit einem praktischen Beispiel vertieft. Falls du Fragen dazu hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich versuche gerne dir zu helfen und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!